. Nächste Woche in Palka, großes Event, auch mit Traktorfolien und die ganze Familie fest auch. Es ist sogar eine große Wasserstrecke aufgefasst, hat mir gesagt, und da ist ungefähr ein Meter tief und dann werden da die Trecker durchgestickt, richtig aktiv, mit dem Tempo fangen wir durch, also richtig Spaß mit der Familie. Nächste Woche in Palka. Okay. Alles Gute! Vielen Dank.